Ja, die Bayern-SPD kann sich natürlich über einen Wahlkampfgeschenk freuen, denn das ist ja etwas, was Horst Seehofer nicht wirklich nützt. Herr Pronold, guten Morgen. Sagen Sie mir doch mal, was Sie glauben, was eigentlich dahinter steckt. Also erstens freue ich mich nicht, weil es ist ein Anschlag auf die Pressefreiheit, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr erfolgt ist in der Bundesrepublik Deutschland. Und das, was mich ärgert, ist die Stellungnahme von Horst Seehofer gestern im Bayerischen Landtag, weil er im Kern sagt, naja, er glaubt seinem Pressesprecher, auch wenn er zurückgetreten ist, und zweifelt das an, was das ZDF sagt. Und da mehrere Leute im ZDF haben ja nun diese Einflussnahmen nicht nur erklärt, sondern auch dokumentiert über SMS von diesem Pressesprecher und andere Dinge. Und das ist schon ein ungeheuerlicher Vorgang, dass Horst Seehofer hier weiterhin die Aufklärung verhindert. Die Aufklärung hat es ja auch in dem Sinne noch gar nicht gegeben. Noch immer steht ja, Sie haben es auch selber gerade gesagt, Wort gegen Wort. Wie soll das denn weitergehen, beziehungsweise was kann man eigentlich tun, um das überhaupt aufzuklären? Ist das überhaupt aufzuklären? Ich fand besonders lustig, dass gestern Markus Söder, der frühere CSU-Generalsekretär von Dobrindt und Seehofer, Aufklärung in dieser Sache gefordert haben. Und bis heute ist ja nicht aufgeklärt, was da tatsächlich war, weil die CSU bis heute nicht sagt, warum dieser Anruf überhaupt erfolgt ist und was Inhalt dieses Anrufes war. Und das muss jetzt erfolgen. Und Horst Seehofer stellt sich hin und sagt, naja, es gibt zwei unterschiedliche Aussagen. Da steht das ZDF, da stehen mehrere Journalisten, die haben halt eine Meinung und mein ehemaliger Pressesprecher hat halt eine andere. Und er bagatellisiert das. Aber Herr Pronold, in Wahrheit ist es doch so, dass die öffentlich-rechtlichen Medien von den Parteien kontrolliert werden. In den verschiedenen Gremien beim ZDF ist das besonders krass. Da ist ja sogar ein Chefredakteur einst nicht verlängert worden aus politischen Gründen. Sollte man nicht vielleicht da mal rangehen und sagen, wir verändern diese Situation und machen Journalismus wieder unabhängig? Abgesehen davon, das muss ich sagen, dass die Kollegen sich davon in der Regel null beeinflussen lassen, aber trotzdem. Das wollte ich ja gerade sagen. Also das ZDF ist doch jetzt ein Beispiel dafür, wie gut diese Unabhängigkeit trotzdem funktioniert. Und dass es den Versuch gibt von Einflussnahme und dass es besser wäre, das auch entfernt davon Parteien zu haben, das sehe ich auch so. Also raus mit den Parteien aus den Gremien? Nein, davon halte ich auch nichts. Also welche demokratische Kontrolle findet denn dann statt? Also ein bisschen Kontrolle muss schon sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Journalismus in den nicht öffentlich-rechtlichen Bereichen dann tatsächlich besser und unabhängiger funktioniert als in den öffentlich-rechtlichen. Aber nochmal, es ist jetzt so, gerade auch beim ZDF, dass die Parteien Einfluss haben auf die Personalentscheidung. Das heißt, die Parteien bestimmen, wer dann am Ende die Parteien kontrollieren soll. Na, das ist so. Die Frage ist, wie ist das alternative System dazu? Einer muss es ja bestimmen zum Schluss und dann ist es immer noch besser, dass es demokratisch legitimierte Leute machen. Und die Zeiten sind auch vorbei, wo es wirklich so parteipolitische Besetzungsbereiche gibt. Also das nehme ich wahr. Und die Öffentlichkeit ist Gott sei Dank kritischer geworden. Und die Journalistinnen und Journalisten widerstehen auch viel mehr diesen Einflussnahmen als früher. Wenn Sie dann gesiegt haben in Bayern, denn das hoffen Sie ja mit allem, was Sie haben, wird es dann genauso bleiben? Gibt es dann auch Anrufe? Es geht ja nicht darum, ob es dann keine Anrufe mehr gibt, sondern es geht um die Frage, welche Form von Einflussnahme gibt es. Und ich finde, solche Dinge gehören in die Kontrollgremien dafür, wenn es im Nachhinein Klagen gibt. Aber nicht im Vorfeld zu versuchen. Und das ist ja das Besondere, dass die Berichterstattung über eine andere Partei unterbunden werden sollte. Das ist ein unglaublicher Vorgang, ein Anschlag auf die Pressefreiheit. Dankeschön, Herr Pronold. Das gab es dann auch so. Vielen Dank.